Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Volk von Aragami Und wir machen wieder weiter So Sehen wir was uns heute wieder erwartet Mal gucken Ok Sieht ja echt einladend aus hier Leute Sieht ja wirklich einladend aus Mal gucken was uns Sieht ja Wie soll man sagen Viele Wachen So Egal kriegen wir schon irgendwie hin Leute Kriegen wir jetzt auseinander So der ist schon mal weg Schon mal ganz gut Hier denke ich noch eine Ne Sehr gut haben wir den auch schon Nein der ist noch nicht getroffen Na super Habe ich aber einen getroffen Nicht dänisch englisch wollte Aber nicht dänisch englisch wollte Sehr gut Oh doch Habe ihn noch getroffen Kann man sagen Glück gehabt oder Super 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 Okay Ist hier noch einer oder Da Da haben wir den Gucken wir mal Ne Ne Da oben ist aber niemand Ne Da oben ist aber niemand Zwei Tief 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 So, ich schaute mal ein bisschen, dass die zu mir kommen. Ich hoffe mal, ich würde auch sagen, dass es der Wind war. Jetzt gehen alle beide wieder zurück. Na super. Nein, ach verdammt. Der ist schon mal weg. Der ist auch schon mal weg. Super. Super. Hm. Super. Das war knapp. Okay, ich hoffe mal, dass der Wind nicht mehr sehen tut. Hm. Das wäre jetzt nicht so klug. Wir sind jetzt richtig gut bewacht jetzt. Gut. Gut. So. Sehr gut, jetzt ist der schon mal weg. Okay, gut. Läuft noch bis jetzt eigentlich ganz gut, aber dennoch muss ich irgendwie hier vorbeikommen. Jetzt hab ich Glück und... Nee, ich kriege mir leider nichts. Ich habe leider hier zu wenig Schatten. So. Sehr gut. Ist der schon mal weg. Wie fehlen denn dann noch? Zwei, drei. Okay. Na klasse. Ist halt schon cool, dass ich jetzt alle nacheinander platt mache, aber dennoch. Ne, das bringt mir nichts mehr, sonst sieht er mich schon. Gibt es hier noch einen anderen Weg oder so? Okay, da ist einer. Wie gesagt, alle wieder herumlaufen. Deiner läuft dem hinterher in der Klasse. Sehr gut. Oh, das war knapp. Okay, das war knapp. Da ist der schon mal weg. Der dreht sich um, verdammt, verdammt, verdammt. Oh, Mann, oh, Mann. Das ist der schon mal weg. Ich weiß nicht, ob da jetzt noch einer ist. Ne, okay, gut. Ist hier noch einer? Ne, muss erst keinen Schatten mehr dann. Und hier muss die Schatten mehr. Okay. Okay. Sehr gut. Oh, das war knapp, Leute. Wo muss ich hin? Da vorne hin. Mann, war das knapp. Hätte auch erst schief gehen können. Sehr gut, der ist schon mal weg. Wo ist denn mit den anderen? Weil der dann da vorne da ist, wo der durch schon gerade erledigt habe. Nein. Nein. Ach, come on. Ich hat's doch. Ich hat's doch. Nein, wenigstens bin ich jetzt hier. Ach, verdammt. Warum konntest du das irgendwie? Hä, wieso konntest du das teleportieren? Das verstehe ich jetzt nicht. Hm. Das bringt mir ja auch nichts. Hm. Oh. Ah, mach ich hin. sehr gut, da ist der schon weg wir können jetzt hier weitermachen warte mal, wie funktioniert das eigentlich noch mal mit den Schuriken okay, den haben wir jetzt gleich sehr gut, oh, klappt doch hä, wieso kommt er nicht durch? fehler schwingt der, okay dann weiß ich warum so, einmal den hier zerstören sehr gut gehen wir jetzt wieder zurück oh, klappt doch auch wenn ich gerade paar Fels hatte aber dennoch hat es noch gut geklappt kommen wir schon jetzt hin darüber irgendwie, okay bitte, bitte nein ach, come on ich habe nicht gewusst, dass der Typ da ist Mann ach, das alles wäre von vorne ah so geht das auch sehr gut mit denen auch schon na gut, jetzt geht es echt einfach gerade aber manchmal geht es echt echt auf den Keks machen wir das schon mal oder man geht einfach aufs Dach wenn man weiß, wie man ganz einfach aufs Dach gehen kann dann ist es natürlich einfacher aber so ist es natürlich naja ja auch Sache ist eigentlich gar nicht mal so schlecht uah das war knapp jetzt einfach schwenken werfen oder so oder Kunai so so dann haben wir den schon mal und jetzt den sehr gut jetzt sind wir noch entfernt darüber müssen wir so, wo sind wir jetzt ich weiß nicht, dass ich die Platten machen muss das kann auch ganz einfach da rüber oder so da rüber muss ich aber wie kommst du da rüber ich fährst doch da dran hm sie kennen den Ausgang so nur dorthin hm da komm ich ja schon dort irgendwo hin ne da komm ich ja schon dort irgendwo hin da fährst du da hoch sondern dass du da vielleicht hoch muss aha würd ich eher denken dass ich hier hoch muss hm hm ich weiß jetzt mal glaub ich einigster Weg ok ja das nehmen wir so rum so sehr gut ok das nehmen wir so rum da rüber hm 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 da ist irgendwie noch ein Weg hm 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 ok so leute ich würde sagen ich sperren den Part ich hoffe es hat euch gefallen im nächsten Part geht es dann weiter dann gucken wir mal wie wir hier weiter kommen und ja wer euch gefallen die leute könnt ihr gerne den Daumen hoch geben und bis zum nächsten mal von Aragami von Soldiers von Nordisch tsch